Ja, hallo, einen schönen Gruß aus Kammeres für Meer oder Mar, wie auch immer man sagen möchte. Es ist also nicht das Café del Mar. Die Abenddämmerung senkt sich langsam über die Bucht. Es wird da auch ein bisschen kühl, aber insgesamt haben wir hier echt deutlich angenehmere Temperaturen als auf der bisherigen Reise. Ich kann ja mal einen kleinen Rundum Schwenk machen über die Bucht hier und den Hafen. Das zieht sich halt da hinten so ein bisschen hin. Der Ort ist soweit ganz nett. Man kann ganz gut einkaufen. So, da hinten ist der Hafenmeister irgendwo. Da geht die Sonne unter. Jetzt wird es gleich ein bisschen hell. So, hier an Bord haben wir natürlich ein bisschen Arbeit gemacht. Wir haben Wäsche gewaschen, Polster geputzt und da ist auch Thorsten. Ein Grußwort vom Dokumentarmenschen und Kameramann. Ja, Jan hat eigentlich schon alles gesagt, was es zu sagen gab. Wir sind endlich im sonnigen Süden. Die Sonne ist ja da drüben und der Süden ist scheiße. Ich glaube da, hinter uns. Ja, da wollen wir nämlich auch hin. Wir warten noch auf guten Wind und dann soll es auch losgehen.